Ich glaube, dass man sich manchmal wirklich schwer tut damit, Ja zu sagen und irgendwie zuzugreifen, wenn da sich Chancen eröffnen oder wenn ein Traum in greifbarer Nähe ist. Hallo zusammen, Servus, hier ist euer Tierarzt Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Feiertage und ein gutes Silvester. Und ich habe mir unter anderem ein paar YouTube-Videos angeschaut und eins davon, das war so ein ganz kurzes, das hat mich irgendwie sehr berührt und das würde ich gerne erzählen, was daran so besonders war, für mich zumindest. Und zwar ist es ein, steht, also filmt ein Kerl, der irgendwie ein Lamborghini fährt oder Lamborghini, wie man in Offenbach sagt oder in Frankfurt, also der Typ hat halt irgendwie ein Lamborghini und filmt, wie er zu seinem Auto zurückgeht. Und da steht ein kleiner Junge an der Scheibe und schaut so ins Wageninnere. Und hinter ihm steht irgendwie der Vater oder der Opa, ich glaube, der Opa ist es. Und der Kerl kommt halt zu seinem Auto und dann sehen die das und gehen zurück und dann, sorry. Und er so, hey, nee, nicht sorry. Macht die Tür auf und sagt, hey, du kannst dich auch mal reinsetzen, wenn du willst. Und dann filmt er so den Jungen und die Augen leuchten halt. Er hat also dieser kleine, jungen Traum, ein Supersportwagen, so ganz, ganz nah, zum Greifen nah und hat total glückliche Augen und ist total, ja, weiß gar nicht, also man sieht ihm quasi diese Freude an, richtig. Und hinten dran, der Opa eben, nee, 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 nee. Und der Junge, immer noch mit diesen strahlenden Augen, sagt so, ach, nee, 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 nee. Und der Typ, dem der Wagen gehört, eben so, doch, doch, komm, setz dich mal rein. Und zumindest geht der Junge dann vor und schaut ins Wageninnere und sagt, oh, total schön und super. Reinsetzen tut er sich nicht, zumindest nicht im Video. Das habe ich gesehen und dann dachte ich so, wow, diese leuchtenden Kinderaugen und, ja, so ganz nah, ganz nah an dem Traum. Ja, und im Hintergrund eben, ja, eine Bezugsperson, ja, die einem sowas einsingt. Das hat er ja nicht böse gemeint, ja, aber es ist so, nee, 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 nee. Und der Junge wiederholt es dann so, nee, 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 will ich nicht. Obwohl er es natürlich wollte. Klar will er sich da reinsetzen, klar, da hat er vorher reingeschaut und fand das total cool. Und jetzt hat er dieses Angebot, jetzt hat er diese Chance und sagt dann selber, nee, 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 nee. Obwohl seine Augen ganz was anderes sagen. Die Augen sagen, ja, 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 klar will ich mich da reinsetzen, na klar. So, und da habe ich irgendwie gedacht, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, oder? Und dass man das öfter hat, dass man sich selber auch, ja, weil dieser Opa, wenn es der Opa war, der wollte ja nicht seinem Enkel was Schlechtes. Der wollte, hat einfach nur das, was er so gelernt hat, was er so im Inneren hat, hat er einfach an ihn weitergegeben. Und das überträgt sich halt wieder auf die nächste Generation. Ich glaube, dass man sich manchmal wirklich schwer tut damit, Ja zu sagen und irgendwie zuzugreifen, wenn da sich Chancen eröffnen oder wenn ein Traum in greifbarer Nähe ist. Das erlebe ich öfter, erlebe ich bei mir auch schon mal, aber sehe das halt auch ganz häufig so bei Leuten, die dann, ach nee, muss ja gar nicht, ach, es muss ja gar nicht so toll sein. Ja, warum denn nicht? Warum muss es nicht so toll sein? Warum darf es das nicht sein? Ist das so schlimm? Ist das, hat man das nicht verdient oder, oder, ja, denkt man das dann irgendwie, ja, dass man das nicht dürfte oder was ist da das Problem? Ich meine, ich kenne das von mir schon auch noch, ja, dass man, ich habe das oft so miteinander verknüpft, wenn ich mir was nehme, wenn ich mir was für mich nehme, dann nehme ich einem anderen was weg. Das war so ein bisschen in meinem Kopf und das will man natürlich nicht. Und dann hat das Nehmen auch immer so einen negativen Beigeschmack, weil man eben niemandem was wegnehmen will eigentlich, ja, zumindest so die meisten nicht. Und wenn man das aber miteinander verknüpft hat, dann hat man manchmal eben Schwierigkeiten, dass man zugreift oder dass man eben einsteigt in dieses Traumauto, was man vielleicht, ja, diese Chance bekommt man vielleicht nicht mehr. Aber da ist jetzt die Chance da und alles, was aus dem Mund rauskommt, ist, nee, 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 nee. Ja, da muss man wirklich, ich glaube, es lohnt sich, dass man da nochmal in sich schaut, was da so für, ja, negative Sätze in einem rumschwirren, die einem irgendwie eingesungen wurden von irgendwelchen Leuten, die auch ihre Träume nicht so gelebt haben. Das ist wichtig und an diesem Video hat man eben gesehen, wie es weitergegeben wird, wie es weitergegeben wird. Die Augen sagen, ja, 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 aber der Mund sagt, nein, 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 nein. Nein, ja, ich glaube, dass jeder von uns ein ganz, ganz tolles Leben verdient hat. Jeder von uns hat was ganz Tolles verdient. Und jeder von uns hat verdient, dass er glücklich ist und, ja, seine Träume verwirklicht oder verwirklichen darf. Und ich glaube, dass es auch jedem erlaubt ist, zuzugreifen, wenn sich eine Chance bietet. Warum denn nicht? Das ist doch, wir nehmen niemandem was weg. Das ist, ja, das ist ein ganz anderes Thema. Und, aber ich glaube, dass oft so negative Dinge damit verknüpft sind. Wenn es mir gut geht, dann geht es dem anderen dadurch schlecht. Vielleicht, klar, dass man das dann nicht genießen kann. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Uns allen kann es gut gehen. Klar, man schaut ein bisschen aufeinander und nimmt eben nicht irgendjemandem was weg. Aber wenn da was steht für einen, dann kann man das auch annehmen. Und das kann man auch lernen, denke ich. Und wie man das lernen kann oder wie man das, ja, besser annehmen kann, das ist immer so ein Wort, was immer mal wieder so durch irgendwelche Videos geistert oder durch irgendwelche Ratgeber. Das ist Dankbarkeit. Aber ich glaube, Dankbarkeit ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dankbarkeit, das versöhnt einem, oder das söhnt einen aus mit, mit, ja, diesen negativen Gefühlen. Nein, ich bin es nicht wert. Ich darf das nicht. Das ist, wenn man dankbar ist, dann kann man das auch annehmen. Viel besser zumindest. Dankbarkeit, das kann man üben, dankbarer zu sein. Für das, was, auch für die kleinen Dinge, die passieren. Um dann, wenn die großen Dinge passieren, auch Ja sagen zu können, oder? Das ist zumindest so eine Sache, die ich so sehe. Dankbarkeit, das kann man üben, kann man lernen, dankbar zu sein für kleine Sachen. Und ist es dann vielleicht für sich auch mehr wert, die großen Dinge anzunehmen, die eben auch passieren. Und ich würde mir wünschen, dass niemand von uns so nah von einem ganz, ganz großen Traum steht und ein Traum, der einem so die Augen leuchten lässt. Und dann, aber dass man dann sagt, nee, 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 nee. Nee, das wünsche ich niemandem. Ich wünsche uns allen, dass wir sagen, ja, 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 uns da reinsetzen. Alles Gute für euch. Wir hören uns nächsten Donnerstag zu einem neuen Video. Euer Tierarzt Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Servus, ciao.